Russland erklärte, dass Diskussionen über die Möglichkeit, dass die Ukraine die Patriot-MIM 104 Luftverteidigungssysteme auf russischem Territorium einsetzt, zeigen, dass der Westen auf einem Weg der Eskalation sei. Die staatlich geführte Nachrichtenagentur TASS zitierte heute das russische Außenministerium mit diesen Bemerkungen. Russland wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um solche Bedrohungen zu vereiteln, fügte das Ministerium hinzu. Im April kündigte das Pentagon an, dass es die Lieferung von Patriot-Luftabwehrraketen und Artilleriemunition an die Ukraine im Rahmen seines neuen Militärhilfspakets in Höhe von 6 Milliarden Dollar beschleunigen werde. Allerdings werden die Patriot-Systeme zum Abfeuern der Raketen nicht gesendet, erklärte damals Verteidigungsminister Lloyd Austin. Volodymyr Zelensky sagte offen, dass diese Waffen dringend benötigt werden und dass ihre Abwesenheit ukrainische Leben koste. Patriot steht für Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target und ist ein Luftverteidigungssystem mit langer Reichweite, Allwetterfähigkeit und Rundumschutz, das entwickelt wurde, um taktische ballistische Raketen, Marschflugkörper und fortschrittliche Flugzeuge abzufangen. Die in den USA hergestellten Raketen werden von Raytheon in Massachusetts und Lockheed Martin Missiles and Fire Control in Florida produziert. Das System wird von den USA und einigen ihrer Verbündeten verwendet, darunter Deutschland, Griechenland, Israel, Japan, Kuwait, die Niederlande, Saudi-Arabien, Südkorea, Polen, Schweden, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Rumänien, Spanien und Taiwan.